So, da wollen wir mal reinfahren, lokal betreten. Das war Wahnsinn. Danke. Mir klingt irgendwie aus, wäre er sehr begeistert. Nein. Wie cool. Sehr geil. Jetzt kommt er noch. Wie fühlt sich das an? Ihr seid jetzt bei den Besten dabei. Das haben wir ihm zu verdanken. Aber auch nur, weil er uns hatte, richtig? Ich muss wohl los. Auf Ruhm und Reichtum. Ja, geile Sache, Alter. Auf Ruhm und Reichtum. Auf euch. Auf uns. Oh, geil. Geil. Der Hooligan Werder 1. Style Ikone. Boah. So. Ja. So. Ja. Geil. 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 So. Was haben wir denn? Erreiche 322 kmh. Amy Schrauber. Warte mal. Ähm. Jo. Amy. Wollen wir uns das mal antun? Wo warst du denn dein Garage? Ich hab die doch. So 322 kmh. Nicht? Wurde ich da noch irgendwo fahren. Aber das war ja Garage. Und nicht ähm. Sehr interessant. Jo komm. Ne. Ich will ja was fahren. Ich war ja schon in der Garage drinnen. Ja. Äh. Machen wir das. Das müssen wir ja Autoschlafen. Sonst kommen wir nicht voran. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Bum. 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 So. Jetzt gehts nur um jetzt wegen Addys Challenge. Nimm mal neu. Ja. So. Schauen wir das. Meine ich das nur oder wird es langsam heiß? Bum. 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 Bei der Polizeibrettf Banks. Sie rüber. vielleicht mal weniger driften ob ich das hinkriege was anderes ja das war jetzt die kurve war jetzt nicht so toll was er jetzt gemacht hat der wagen da war nicht unter dem drehzahlbereich sondern kommen ein bisschen hoch mein lieber wieder ein wieder den kack du machst schon wieder den scheiß du alte kackhure für den ausdruck aber man das geht mir aber gerade kulinarisch ganz schön auf die nüsse jetzt gehen wir aus weil er dem dreck her auch kein problem ja nach oben ja aus kann ich noch mehr Das könnte noch diesmal was werden, oder? Irr ich mich? So, geh mal um ab hier. Ja, sehr schön. Komm schon, das müssen wir diesmal... Das muss... Rockedoodle, Alter! Rockedoodle! Ui, 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 ui... Ja! Jawohl! Ja! 2! 31, 32, ja! schön zählen äh zählen also 1 32 33 33 und so das meine ich damit so wir haben es geschafft wo alte so trotzdem der cabine ist trotzdem schneller hat er ist so ein akub der bergung 35 hat schon wieder geschlagen achte wie der schnellste schönste große schönste fahrer da naja also noch ein lauf überstanden wir werden uns erst im finale sehen wenn dein glück so weit reicht wäre schade für dich wenn du rausfliegst bevor du gegen ein echtes talent in der app gibt es neue daten garage weiter ach weiß ich nicht äh ja so wo ist das oben im arsch der welt was haben wir da perfekte wechsel für wat fahre ein rennen über mehrere runden bis oh man schon wieder ja 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 hier können sie sich nicht mal was anderes ausdenken die whisky devils meh so wollen wir mal gucken ob er auch diesmal ok also was habe ich vorhin gesagt mittel oder leicht was hätten das mit dem kamaro schon beinahe geschafft gehabt ich liebe diese alte die hat so schöne haare ich liebe diese bergstour hier von 50 jahren verkehr kung juni fans schon an zu glühen появieren die Ja, ja, ja. Du Kofferauto. Da gibt's noch mehr Scheißers. Hier. Ah. Okay. So sieht also die Runde aus, ja? Ei, 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 ei. Achtung, denk an die Schaffung. Ja, zu früh. Das Nitro an dem Auto ist irgendwie falsch angebracht. Das haut die Karre nicht wirklich nach oben. Aber jetzt. Ist klar, ja. Das Nitro könnte stärker sein. Das ist irgendwie schwach an dem Auto. Das tut ja nicht wirklich nach vorne, hab ich das Gefühl. Lass mich hier vorne alleine, das sag ich dir. Ja. Ach, du bist doch scheiße, bist du doch. Nur weil ich jetzt die innere Kurve genommen habe und nicht außenrum, muss ich das Scheiß-Event noch mal starten. Da kannst du also nicht abkürzen. Affen. Ja, komm, mach hier. Ich drück, ich drück. Jetzt ist der Controller schon wieder aus. Alter, mit den Batterien. Ich kauf mir nachher, statt neue Batterien. Alter, diese Dinger, die gehen mir so langsam auf die Nüsse, ey. Die sind so dünn, ey, dass die immer den Kontakt verlieren, hab ich das Gefühl, Mensch. Billige Scheiße da. Kauft euch nie billige Batterien. Ja, ja, halt die Klappe, lass fahren. Fängt ja schon mal wieder erstklassig an, ey. Ja, ja, halt die Klappe. Und jetzt setzen wir uns mal ganz geschmaltig vor ihm. Ja, 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 ja. Du Scheiß-Auto. Mann. Nicht was mit und ihrem Bugs. Ja. Sind das Affen. Das ist, wenn du in der Leitplanke festbleibst, du nicht sofort hängen. Die benutzt du ein bisschen als Bande, besonders in diesem Fall. Äh, äh. Schlimm, schlimm, schlimm. Boah, zieht da rein, bumm, endet auf Heier. Komm, rum, man ist... Komm, rum, du schwerer Affensau. Ja, das habe ich natürlich für die Kurve gleich kein Nitro mehr, aber... Was ist denn mit dem Idioten, Alter? Es gibt doch nur Scheiße hier bei Need for Speed, ey. Was für dumm Trödelz, ey. Need for Speed und ihre beschissenen KIs hier auf der Straße, Alter. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist mir so in der Karriere. Das nervt mich jetzt. Mich ärgert das gerade. Komm, rum. Diese Kurve, die ist aber auch ein bisschen ein-typisch, ey. Komm, rum. Und brenn mal ab hier. Rum, rum. Was, mei? Wo der hoher ist. Ah, ja, gut, okay. Da war ja auch so eine, ähm... Ja, hier, diese... Meilensteine, sag ich jetzt mal so. Jetzt habe ich schon wieder so klug gesagt. Sorry, tut mir leid. Oh, 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 oh. So. Überspringen, ja. Machen wir überspringen. Eddie hier. Du wirfst also alle raus, bis du als einziger übrig bist. Ist das dein Plan? Brechner dabei. Das nächste Event ist in der App. Ja, okay. Nein, Mission. Reicht nur Mission. Wieso ist da immer alle drin? Das ist voll doof. Abstauber, Rundkurs. Jawohl. Teleportieren. Machen wir das mit? Nehmen wir das mit? Ja, machen wir! So geil! So geil! Da, 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 blü, 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 blü. Ja, ha. So ist das schön, auf der Welt zu sein, sprach da. Ja, nee, ist das klein. Äh, wie auch immer. Ah. Resting wie nie zuvor. Lauf elf. Gib alles. So. Oh. Kommt, was ist das? Also, ich weiß nicht, warum das Handling manchmal bei diesem Scheißspiel nicht funktioniert. Ich krieg die Krise. Oh, ey. Ja, genau. Ja, Virus wird da wieder rein. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Wer denkt sich denn so ein Schrott hier aus? Die Scheiß. Ah. Ja, was ist denn mit dem Nitro? Mensch. Ich bin krank, Alter. Ich hab's echt nicht mal. Komm. Nee, nee, nee. Na, komm. Gib Stoffmelzen. Fahrst du das Nitro? Nicht zum Eierschaukeln. Zum Röstzwiebelbraten. Oh, komm. Wenn die die Bande nutzen, dann mach ich das jetzt auch. Ey, Junge, Junge. Rein. Ach, dieser Scheiß-Lkw. Merkt ihr, er ist bei der nächsten Runde. Rechts nimmt den Lkw vorbei. Alter, was hat? Virus hat diesmal die Kurve gekriegt, ey. Höhöhöhöhö. Ah. Hau ab da. Komm, Uwe. Komm rum. Mir fiel gerade ein, dass ich mir einfach dachte, jetzt geht das Auto doch einfach um. Höhöhöhöhö. Höhöhöhö. Komm, 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 ja. Oh, höhöhöhöhöhöhö. Und er sieht rein, die auch. Höhöhöhö. Gut. Dann, äh, so und ohne Gas gehen. Warte mal, ein bisschen abgelaufen. Oh, komm. Oh Gott, ich drück doch, was soll denn der Mill? Also ich freu mich, wenn der Camillo wieder da ist. Ritt Autosportzocken. Und dann mal gucken, ob der Controller immer noch diese Fax macht. Oder ob es am Controller überhaupt nicht. Weil das gerade schon wieder, ich zieh nach, äh, äh, nach darüber, also nach rechts. Äh, und er zieht nach links. Also, ich find das nicht mehr schön. So, fertig. Alter. Junge, ey. Ey. Ich werde dich im Auge behalten. Also, Sieg oder Niederlage, du hast meinen Respekt. Okay? Bis später. Mann, 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 ey. Und er hat doch sogar die Zeit noch voll geschlagen, ey. So, wieder auf Mission. Äh, bin mal gespannt, was jetzt kommt. Was haben wir denn hier? Auf ins Feuer. Ja, warum? Rase in einem Punkt-zu-Punkt-Springt-Rennen, äh, bis ins Ziel. Wer als erstes im Ziel ist, gewinnt. Ach, nee. Das versuch ich jetzt auch noch. Ja, doch, sicher. Ja, und wenn's denn nicht passt, dann lasst du einfach mal einen Daumen da. Im Moment könnt ihr das ja ziemlich gut. Ihr guckt euch nicht mal wirklich was an und drückt einen Daumen nach oben. Hm. Zu euch sag ich Daumen nach oben. So. Ich zocke, weil's mir Spaß macht und zocke so, wie's mir passt. Was geschafft, Jungs und Mädels. Lauf 12. Wir starten. Die hört nicht auf ihre, äh, Community. Die machen nur ihr eigenes Ding. Die, äh, die haben, die machen, die haben, die machen, das natürlich nicht. Komm. Ah. Das ist unberechenbar manchmal, wie die Fahrt. Ich muss unten auf die scheiß Karte gucken. Damit ich... Na komm rum. Nein. Ich komm dann hinterher. Ja, ich brauch definitiv ein italienisches Autowägelchen oder was? Ich hab keine Chance. Alter. Aber, Alter. Das ist echt... Komm rum. Ich drück... Ey, Freund. Wenn ich sag, du sollst die Kurve nehmen, dann nimm sie auf. Oh, ist das schön. Ja. Komm rum. Du sollst das nicht so machen, wie der da. Du musst erster werden. Nie zwei. Leider. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, da geh ich erst mal kacken, ey. Und dann rendere ich zwischendurch. Guck ich mir mal von ein, zwei Let's Plays wieder an, von Leuten, die ich abonniert habe. Boah. Das war knapp. Das war ultra knapp, Alter. Boah. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter. Das war jetzt mega Burns. Knapp. Ey. Boah. Wir springen zur Garage. Weil ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr mich aufzuregen. Draußen ist schönes Wetter. Das will ich gleich noch genießen. Mein Controller, die sind neu. Habe ich ja am Anfang, in einem ersten Video gesagt. Und die will ich dich kaputt machen. Das Spiel richtet mich gerade auf. Da spiele ich lieber was anderes, was mich nicht so aufricht. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Euer Virus. Ciao mit Tau.